Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Oh, ganz gemütlich. Einholen und aufgeilen. Ja, das haben wir doch gerne. Und welche Aktivität? Hä? Ich bin noch hier schon angekommen. Komm schon, ein bisschen schneller. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann. Wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Aber, aber, ich bin doch gerade erst gekommen. Jetzt muss ich schon wieder weg. Super. Uncool. Mein Lokal ist da, Mann. Junge, übertriebe es nicht. Bisschen geschmeidig, ne? Oh, Platz hier. Die Lieferung. Oh, du Scheiße. Führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Ähm. Da ist ein Schanty. Das hole ich mir da hin. Ja, schön. So viel sehe. Uh. Wollt mal rein. Oh, 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 oh. Ja, ja. Oh, 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 oh. Wir treffen gleich auf Land, Sir. Ja, nein, 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 nein. Das klappt schon. Alter. Alter, wie schnell drehen sich diese Schiffe. Acht, was du nicht sagst. Alle Segelreffen. Öffnen und trimmen. Setz dich raus, Segel. Halbe Segel. Fahren geradewegs aufs Land zu, Kämpfe. Ey, man kann es auch übertreiben, ne? Alle Segelreffen. Großsegelbergen. Niederholen und auf. Alter, wo soll ich denn hier lang? Hab dich. Aye. Da heißt es. Also Männer, Zeit, ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen, es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht, Lawrence Washington muss sterben. Ja, ein Problem. Ich werde dafür sorgen. Genau. Grün, ich hab's auch gesehen. Nehmt die Rahlen aus dem Wind. Eine Blockade, Captain. Das wird nichts. Shea, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. Segelt ihr mit der Morrigan außenrum. Aye, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. An die Schoten. Hebt den Wind nach. Hebt vor Anker. Eine Blockade. Ey. Und denkt an meine Worte, Shea. Washington muss sterben. Ja, ja. Ja, ja. Als ob ich das nicht schon beim ersten Mal gehört hätte. Ähm. Danke. Oh, wie gut, dass sie das bei Origins geändert haben, das Kletterlaufsystem. Wenn es da nicht immer perfekt funktioniert hat. Hier ist es noch schlimmer. Komm, hoppidi hoppidi hopp. Komm, du bist ein durchtrainierter Assassine. Ach, come on, dein Ernst? Oh. Ja. Ah. Aye. Okay, nur die zwei. Ach du Scheiße. Komm her. Komm. Komm her. Ach komm on. Nein. Ich bin doch kein. Nop. Mach ich nicht. Nop. Boah, ich bin das jetzt voll gewohnt mit dem Ducken von Origins. Boah. Nop, 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 nop. Wie? Warum geht Jungs? Cool, nop, 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 nop. Okay, gut, jetzt müssen wir nur noch auf das Schiff. Grünes Wasser. Schieß mir nicht die Fresse weg. Alter, bist du bescheuert? Bescheuert? Das Paket. Ach, da hinten. Oh, die haben einen Knarren, die haben auch eine Zeit. Nein, 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 nein. Stückchen nur. Geh runter! Da! Oh, nein, 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 nein. Nichts passiert. So. Ach. Guck mal. Geh dich um. So einfach geht das. Äh, was? Oh. Nein, 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 nein. Alles cool, Junge. Alles cool, Bro. Alles cool. Willst du dich jetzt mal drinnen? Oh, was ist das? Ein Gewehr? Ja. Ihr da! Halt! Wohin? Wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Schalldämpfer? Vielen Dank, Master. Master Washington. Cool, ne? Äh, ja. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich zu Washington. Und ihn befragen. Jo. Der ist natürlich auf der Welt. Achtung, da. Ja. Ja. Okay, hier ist ja gar keiner mehr. Gut, dann können wir jetzt durchlaufen. Glänzendes Fest, meint er nicht? Durchau. Master Washington hat sich selbst übertroffen. Er sah aber ziemlich flass aus. Und sein Huten ist nicht... Schlimmer denn je. Okay. Natürlich werden wir den Sniper machen. Oh! 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 Nein, nein, nein! Jetzt geht einmal die Kackleiter da hoch. Danke! Okay! Das heißt hier Mr. Open? auch so herzlichen glückwunsch will mich aber ducke wann ich will hier haben wir mal wieder synchronisiert auf dem garten fest nicht entdecken lassen hallo ich bin assassine ich bin profi ich weiß wie das geht da hinten der wie komme ich jetzt hier durch ich muss zuerst zu washington anschließend kommen die artefakte das hasse ich ja immer ich war doch verdeckt zack 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 ja du da komm mal näher komm näher komm 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 du hast ein bisschen mehr bumms als die ja kommschon hol die um ich muss zuerst zu washington anschließend kommen die artefakte jup so ja sorry ich brauch die munition ich hab doch gar nicht hä wir hatten der mich jetzt gesehen achte auf deinem ausgangssprache ja so danke okay wo hat man das beste feld genau oh oh bruder gehört ihr nicht eigentlich ins bett geht schon george vertretet mich als gastgeber geht in den keller und holt einen guten tropfen für die gäste gern und gentlemen mein bruder ist ein lichtblick in diesem land eine bitte habe ich bevor ich aus dem leben schreite bitte lasst ihn in frieden er sollte mit den wirren des templar ordens nichts zu tun haben wir respektieren eure meinung sahen ich danke euch dafür master smith seid ihr bereit für eure reise ich werde mit antworten zurückkommen master wardroop kennt ihr auch den inhalt des manuskriptes ja sir und bald auf seiner bedeutung dann brechet sofort auf washington kann sich kaum auf den beinen halten hoffentlich habt ihr mit ihm recht lehr denn ich töte hier einen sterbenden mann so haut euch selbst die kämmer auf den kopf ich kann mich nicht hoch nein ihr habt nichts gesehen shit nein 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 bloß weg nein 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 so Oh, go, 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 go. Was soll das? Du solltest daran vorbeigehen. Oh, shit. Ähm, da hinten? Wie mach ich das, wie mach ich das, wie mach ich das? Oh, so. So, ist es zu weit. So, danke. Danke. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange, euch hierher zu locken. Ich verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne hinterhältige Schlange. Ich habe gesehen, die Assassins und hörte ihre Lies für so lange. Sie spielen mit dem Vertrauen in der Welt, wie sie es haben. Es gibt keine Frieden für ihre Aktionen. Und ich, Shay Patrick Cormack, als ein Assassins, will nun burnen ihre Bräderheit auf den Boden. Ich will find out where the Assassins are hiding. Du bist jetzt ein Templer. Ich werde sie unterbrechen, eins von einem. Assassins Creed Rogue Remastered